Willkommen zur 42. Folge Bredspielnews Solo. Ich bin Johannes und in dieser Folge rede ich über 15 Ersteindrücke von der Messe. Dabei geht es um Aleph Null, Applejack, Etiwa, Caldera Park, Clever Forever, Dice Colony, Dorfromantik, Dulce, Keep the Heroes Out, Kunterpunkt, Resist, Star Wars, The Clone Wars, Steadarion, Tivanaku und Town 66. Am Ende gibt es außerdem noch einen kleinen Ausblick auf Spiele, die ich mir gerne anschauen würde. So, die Messe ist vorbei. Wir haben alle, glaube ich, ganz viel oder vielleicht auch gar nicht so viel auf der Messe mitgenommen für alle, die da waren. Und einiges davon haben wir bestimmt auch schon alle auf den Tisch gebracht und genau darüber möchte ich reden. Also ich möchte nicht einfach nur über das Loot reden, was ich gekauft habe, sondern über die Spiele, die ich um die Messe drumherum, die hier eingezogen sind, die ich schon solo auf den Tisch gebracht habe. Und ja, da möchte ich jetzt erzählen, wie sie mir gefallen haben. Ich habe schon gesagt, es sind 15 Spiele und die möchte ich jetzt einfach ranken. Wichtig, das sind alles Ersteindrücke. Die habe ich mindestens zweimal gespielt, also mindestens einmal solo, einiges dann öfter solo, einiges dann nochmal in anderen Konstellationen. Das heißt, das kann sich auch alles nochmal ändern. Vielleicht hoffe ich auch bei einigen, dass es sich ändert. Bei einigen hoffe ich nicht, dass es sich ändert, weil es mir schon relativ gut gefällt. Genau, und dann gucken wir mal. Ich bin auch gespannt. Schreibt dann gerne auf Discord oder auch gerne auf Twitter, ja, zu den Spielen, ob sie euch auch gefallen haben. Was euch vielleicht auch gefallen hat bei Spielen, die mir nicht so gut gefallen haben, dann kann ich da auch nochmal drauf schauen. Bin ich gespannt. Das Erste Spiel, über das ich reden möchte, ist Keep the Heroes Out. Das habe ich zweimal solo und einmal zu zweit mit Rebecca gespielt. Ist von Louis Brue, ist auch bei Brue Games erschienen. Das ist ein kanadischer Verlag, das Spiel ist auf Englisch erschienen. Und das ist ein kooperatives Tower-Defense-Spiel, in dem wir mal nicht die Heldinnen und Heldenspielen, die die fiesen Monster vertreiben müssen, sondern genau andersrum. Also wir übernehmen die Rolle von unterschiedlichen Monstern. Es gibt Drachen, es gibt Hexen, es gibt Mäuse, wahrscheinlich sind es eher Ratten. Dann gibt es natürlich den typischen Schleim und ein paar andere Monstervölker. Und im Spiel gibt es insgesamt 20 Szenarien, glaube ich. Und wir haben dann halt die Aufgabe, über mehrere Runden, je nach Schwierigkeitsgrad, sind es unterschiedlich viele, weil je nach Schwierigkeitsgrad, nachdem wir dran waren, unterschiedlich viele Helden in unserem Dungeon auftauchen. Und die müssen wir dann versuchen, niederzuknüppeln. Genau, wir haben gewonnen, wenn zweimal das Heldinnen-Deck leer ist. Die Monster spielen sich alle ein bisschen unterschiedlich. Habe jetzt drei Partien ja insgesamt gespielt, jedes Mal immer eine unterschiedliche Art Monster gespielt. Beim ersten Spiel mit Rebecca hatten wir einen kleinen Regelfehler drin, dadurch hat es sich super frustig angefühlt. Habe ich da nochmal nachgefragt bei Boardgamegeek und auf der Messe. Da ist jetzt klar, wie es zu spielen ist und dann sollte es besser sein. Erstmal, was ist super cool an dem Spiel? Die Optik ist toll, das Material ist toll. Also die Monster sehen alle super niedlich aus. Das sind bedruckte Meeple, auch große bedruckte Meeple. Das sieht unglaublich wertig und cool aus. Die Heldinnen und Helden sind so Papptoken. Es gab eine Erweiterung, wo dann die Heldinnen und Helden auch als Meeple verfügbar sind. Man kann auch so einen One-Vers-Many-Modus spielen. Ich habe mir die Erweiterung aber nicht geholt. Erst gibt es eine Asymmetrie, das ist natürlich auch cool, dass die alle sich ein bisschen unterschiedlich spielen. Also ich hatte einmal, das erste Mal, als ich gespielt habe mit Rebecca, habe ich den Schleim gespielt. Da gibt es dann ganz, ganz viele. Und jetzt die letzte Partie Solo, habe ich den Drachen gespielt. Da hat man dann nur einen Weeple, muss damit klarkommen. Ich habe das Gefühl, wenn man das auf einfach spielt, dann dauert das sehr lange. Weil der Schwierigkeitsgrad wird darüber geregelt, wie viele Karten immer nach dem eigenen Zug vom Heldendeck gezogen werden. Und in der ersten Welle sind das im Einfachmodus immer nur eine Karte. Das heißt, es dauert alles viel, 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 viel länger. Ja, ich habe dann in der letzten Partie direkt mal in dem, ja, was ist das, im mittleren Schwierigkeitsgrad sozusagen gespielt. Da werden dann sowohl in der ersten als auch in der zweiten Welle zwei Karten gezogen. Dadurch war es nicht mehr ganz so lang. Es hat sich aber super monoton angefühlt, weil ich eigentlich die ganze Zeit das Gleiche gemacht habe mit dem Drachen. Der Drache hatte schon am Anfang super coole Karten und damit konnte ich einiges machen. Aber eigentlich habe ich die ganze Zeit das Gleiche gemacht. Also ich habe mir eine Karte zusätzlich, gut, es gibt so ein Deckbuilding-Element, wo man so Ressourcen in dem Dungeon erzeugen kann. Die bringt man dann in einen anderen Raum und dafür kann man sich da neue Karten holen. Das habe ich kaum genutzt, weil ich auch gar nicht die Möglichkeit hatte, weil immer neue Heldinnen und Helden erschienen sind, die dann immer wieder sich gegenseitig so ein bisschen triggern. Das ist eigentlich ein ganz nettes Element. Aber so habe ich eigentlich die meiste Zeit der Partie, gerade in der zweiten Welle, eigentlich immer nur das Gleiche gemacht. Ich bin immer zwischen dem finalen Raum, weil es gibt sozusagen die Schatzkammer, die muss man beschützen. Und wenn da die Schatztruhe geplündert wird, dann hat man verloren. Und dem Raum, ich habe das erste Szenario immer gespielt, wo man Fallen erzeugen kann, immer hin und her gelaufen. Habe dann Fallen erstellt, habe die Heldinnen und Helden besiegt und habe eigentlich sonst nichts anderes gemacht. Und das die ganze Zeit, das hat sich super monoton angefühlt. Das finde ich super schade. Also aktuell bin ich eher ernüchtert von dem Spiel. Ich möchte nochmal andere Monster ausprobieren. Ich möchte auch nochmal Solo ausprobieren, wie es ist, wenn man zwei unterschiedliche Monster spielt. Weil, hm, weiß ich nicht, so mit True Solo sozusagen hat sich das jetzt nicht so cool angefühlt. Ich möchte nochmal andere Szenarien ausprobieren, wie es dann ist. Und ich möchte das aber eigentlich, es ist super irgendwie schwierig. Also in dem Schwierigkeitsgrad war es jetzt irgendwie schwierig, aber in dem einfachen Schwierigkeitsgrad ist es, glaube ich, zu lang. Ja, deswegen bin ich aktuell nicht ganz so zufrieden damit. Zumindest auf der spielerischen Ebene, optisch und Material, super cool. Dann als nächstes ein Spiel, wo ich mich ganz doll drauf gefreut habe. Ich glaube, viele aus der Solo-Community, und da bin ich überrascht, dass es jetzt sozusagen mein Platz 14 ist, bei den Ersteindrücken. Das ist Stellarion. Das habe ich zweimal Solo gespielt. Das ist von Chadi Tourbet und von Elise Plessis illustriert. Das ist bei Impassion, Impatience, wahrscheinlich eher französisch ausgesprochen, ein neugegründeter belgischer Verlag, eben von Chadi Tourbet, wo seine ganzen Universespiele, aber auch bald andere Spiele erscheinen sollen, aber mit Fokus auf Solo und Koop. Und Stellarion ist halt ein neuer Teil aus diesem Universe-Universum, also Onirim, Aerion, Sevion, Castellion, Nautilion, Urbion und vielleicht habe ich noch was vergessen, bestimmt. Das sind halt alles eigentlich, eigentlich sind das im Kern Solo-Spiele, die alle in der gleichen Welt spielen, mit so einem total markanten Illustrationsstil, der total cool ist. Und es gibt auch mal einen Zwei-Personen-Koop-Modus, den ich auch bei allen anderen, den anderen bisherigen, die ich habe, ausprobiert habe, aber die haben für mich alle nicht so gut funktioniert. Also für mich sind das eigentlich alles reine Solo-Spiele. Optisch, habe ich schon gesagt, wirklich super cool. Das hier ist ein Deck-Management-Spiel, wo man acht Kartendecks hat, von denen man mal eine Karte offen liegt und mit diesen Karten muss man so ein bisschen haushalten, die kann man für Aktionen nutzen. Oder, und das ist das Ziel, dass man vier unterschiedliche Karten aus der gleichen Galaxie, also es gibt unterschiedliche Symbole, abgibt, um, ja, so andere Karten freizuschalten. Das fühlt sich sehr nach Aerion an, nur halt diesmal ohne Würfel. Und am Anfang, gerade die erste Partie, boah, ich war super überfordert, obwohl es eigentlich gar nicht so viel ist, aber die ganze Zeit zu überlegen, wann nutze ich welche Karten, welche Karten sind schon draußen, da muss man die ganze Zeit immer gucken, was könnte da noch drin sein. Das hat sich für mich eher nach Arbeit angefühlt. Die zweite Partie habe ich dann gewonnen. Natürlich hat man dann irgendwie so ein bisschen Belohnungseffekt, wenn man meint, okay, das funktioniert und man kann so ein bisschen hin und her überlegen. Aber bis jetzt bin ich noch nicht begeistert. Ich werde das auf jeden Fall nochmal mit den Erweiterungen, das sind wieder wie bei fast all, bei allen dieser Universe-Spiele, die früher bei Siemen Games erschienen sind, so kleine Erweiterungen oder Module drin, die möchte ich mal ausprobieren. Aber bis jetzt würde ich einfach sagen, dass Stellarion tatsächlich für mich das schwächste Spiel aus der Reihe ist, was ich super schade finde, weil es halt wieder so cool aussieht und ja, aber vielleicht muss ich da auch einfach nochmal reinkommen und wenn ich diese vier Aktionen verinnerlicht habe, vielleicht liegt es mir dann besser. Ja, aber auch da bin ich aktuell eher so, ja, hätte ich viel, viel mehr erwartet und finde ich ein bisschen schade. Dann als nächstes gibt es weiter mit Dice Colonies, da habe ich zweimal Solo gespielt, ist von Louis da Ponte und von Gala Poliakova illustriert, ist bei Burro erschienen, das ist ein argentinisch-brasilianischer Verlag und die Version da ist auf Spanisch-Portugiesisch, also es gibt eine spanische und eine portugiesische Anleitung, kann ich beides nicht. Es gibt aber auf Board Game Geek englische Regeln, da wurde auch bei deren Stand drauf verwiesen. Das ist ein Roll and Ride, ich mag gerne Roll and Rides, hier einerseits relativ klassischer Vertreter, nur halt sozusagen im Sci-Fi-Gewand und das Ziel ist es, bestimmte Aufträge zu erfüllen und dadurch Punkte zu bekommen. Was ganz cool ist, man breitet sich so aus, wie man das vielleicht auch bei nochmal oder auch bei Dungeons, Dice & Danger kennt, aber je nachdem, und das finde ich das Clevere, es gibt erstmal Würfel in unterschiedlichen Farben und je nachdem, was die Würfelzahl ist, also die Zahl auf dem Würfel, gucken wir angrenzen, auf welche Felder wir uns ausbreiten können und das ist eine ganz ziemlich coole Idee. Was mich bei den ersten beiden Partien ziemlich genervt hat, ist das Aufwand, der Aufwand des Würfeln. Es gibt A einen kleinen Beutel, da kann ich mit meiner Hand auf jeden Fall nicht rein, die muss ich mir da immer so ein bisschen rausfriemeln, die Würfel und man muss sehr, sehr viel würfeln und macht dann dafür relativ wenig. Also das finde ich bei ganz schön clever irgendwie cooler geregelt, weiß ich nicht. Aktuell würde ich sagen, das ist ein solides Roll and Ride, wird wahrscheinlich, würde ich sagen, meine Sammlung wieder verlassen. Ich werde es auf jeden Fall nochmal zu zweit spielen, vielleicht ist es dann cooler und nochmal solo und gucken. Aktuell würde ich sagen, ja, ist okay, macht das, was viele andere Roll and Rides auch machen, aber ist jetzt nicht so der Hammer. Zumindest für mich nicht. Machen wir direkt weiter mit einem anderen Roll and Ride, nämlich Clever Forever. Das habe ich mir vor der Messe als App geholt und habe da diverse Partien solo gespielt, die track ich nicht, diese Partien in der App. Das ist wieder von Wolfgang Warsch, ist von Leon Schiffer illustriert oder designt, ich weiß nicht, ob man da von Illustrationen reden kann. Ist wieder bei Schmidt auf Deutsch erschienen und das ist halt einfach auch, ne, Roll and Ride für die Reihe ganz schön clever, doppelt so clever, clever auch drei, clever forever. Weiter ist genau das bekannte Prinzip. Es gibt wieder unterschiedlich farbene Würfel, unterschiedlich passend dazu Felder. Diesmal ist es alles, ne, alles wieder leichte Variationen. Bis jetzt würde ich sagen, hält einfach das Niveau der Vorgänger. Ich habe aber gemerkt, ich spiele das häufig sowieso solo und dann reicht mir auch die App. Also ich brauche das nicht mehr als Brettspiel und deswegen habe ich mir das dann auch nicht gekauft. Ich weiß gar nicht, App 3,50 Euro oder sowas, weiß ich gar nicht genau. Da reicht mir das dann. Ich habe mir auch einige andere Roll and Rides als App geholt, unter anderem Railroad Inc. oder Explorers. Und da bin ich wunderbar zufrieden, dass einfach solo ab und zu, wenn ich im Bett, auf der Couch oder sonst wo rumliege und irgendwie ein paar Minuten ein bisschen rumdüdeln möchte, dann spiele ich das auf der App und dafür brauche ich das nicht am Tisch. Genau, clever forever. Macht genau das, was es soll, ist aber nicht mehr halt dieser Wow-Faktor, den der erste hatte. Ich weiß nicht, scheinlich ist es auf jeden Fall komplexer als der erste. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das von der Komplexität her im Vergleich zum zweiten und zum dritten einordnen würde. Ja, man bekommt auf jeden Fall das, was man erwartet. Wo man auch das bekommt, was man erwartet, eigentlich würde ich sagen, ist Caldera Park. Das habe ich einmal zu viert auf der Messe gespielt und jetzt nochmal zweimal solo, ist wieder von Michael Kießling und Wolfgang Kramer und von Annika Heller illustriert und bei Deep Print Games auf Deutsch erschienen. Das ist der Nachfolger zu Savanna Park. Diesmal sind wir in Nordamerika, glaube ich, und platzieren wieder unterschiedliche Tiere, die wir in Herden zusammen platzieren wollen, am besten mit einem Tümpel zusammen. Jetzt kommen noch so Wettereffekte dazu und ein spannenderer Auswahlmechanismus als beim Vorgänger. Es ist ein tinken komplexer. Die Optik ist solide, würde ich sagen. Ich glaube, ich fand den Vorgänger schöner. Ja, das ist einfach ein kurzweitiges Legespiel für zwischendurch. Darf hier erstmal bleiben. Ich finde es halt spannender als Savanna Park. Das habe ich wieder verkauft. Und dadurch, dass hier halt mehr drin ist, ist es spannender und kniffliger. Natürlich gibt es auch ein Glückselement, was so die, wann werden welche Plättchen gezogen und welches Wetterplättchen kommt ins Spiel. Aber dadurch ist es, finde ich, spannend und macht mir Spaß. Weiter geht es mit einem reinen Solospiel, nämlich Resist von Trevor Benjamin, Roger Tankerslay und David Thompson ist von Albert Montez illustriert und bei Salt & Pepper Games auf Englisch erschienen. Das ist ein Push-Your-Luck-Hand-Management-Stil-Spiel, in dem wir, Resist deutet es schon ein bisschen an, das geht thematisch in Richtung von Marquis, nur dass wir diesmal nicht französische WiderstandskämpferInnen spielen, sondern spanische WiderstandskämpferInnen, die gegen die Franco-Diktatur in Spanien rebellieren. Es hat eine super coole Optik, so ein bisschen, würde ich sagen, so einen palpigen Comic-Stil. Es ist ein hartes Spiel, also von den Regeln her nicht sonderlich komplex, aber man muss echt überlegen, wann mache ich was und das kann einem auch ganz schön reinhauen. Das braucht überraschend viel Platz auf dem Tisch, also die Schachtel an sich ist relativ klein, aber mit den Karten, die man auslegt, braucht das ganz schön viel Platz. Und was ich ein bisschen schade finde, es gibt nicht wirklich so einen Progress, so eine Entwicklung im Spiel. Also ich habe halt mein Kartendeck und ab und zu kann ich auch meine neue Karte da reinkriegen, aber meistens sind es eher Karten, die man rauskriegt oder man kriegt schlechte Karten rein. Und das ist halt so ein Spiel, das ist glaube ich so ein Spiel für Hesi, das haut dir halt auch auf die Fresse und damit musst du irgendwie klarkommen und man verliert auch relativ schnell. Was eine coole Idee ist, ist die Endbedingung oder wann das Spiel beendet. Du kannst theoretisch immer aufhören, wenn du willst und dann guckst du halt, wie viele Punkte du gemacht hast, ob du überhaupt gewonnen hast und das ist eine schöne Idee. Spiele ich auf jeden Fall, bis jetzt gerne habe ich dreimal Solo gespielt, werde ich auch wieder spielen, aber das ist halt sowas, was ich nicht immer spielen möchte, weil es halt auch frustrieren kann. Auch durch einige Glückselemente. Ja, aber sonst, cooles Spiel. Dann geht es weiter mit Town66, das habe ich einmal zu zweit gespielt mit Peter aus dem Podcast-Team, schon vor längerer Zeit, der hatte das auf der BerlinCon mitgenommen und dann habe ich die ganze Zeit geguckt, wo kriege ich das her und dann hat Oink Games das zum Glück auf der Messe gehabt. Das ist von Anja Wrede und Christoph Kanzler von Jun Sasaki illustriert. Das bei, ja, habe ich schon gesagt, Oink Games erschienen, ist ein japanischer Verlag, gab es auch eine deutsche Version und das ist ein Legespiel, erinnert so ein bisschen an Sudoku, weil wir weder in einer Reihe noch in den Spalten dürfen, die gleichen Symbole und Farben liegen. Ist super schnell gespielt, hat wieder so eine sehr klare, reduzierte Optik, wie man das auch von anderen Oink Games-Spielen kennt. Und Solo ist das, funktioniert das anders, weil im regulären Spiel versucht man auch so ein bisschen, den anderen so ein bisschen auszuboten und zu überlegen, wie viele Plättchen möchte ich noch auf der Hand behalten, das fällt weg. Da ist hier, ist das Solo einfach ein Solo-Puzzle, das macht Spaß, ist aber auch glückslastig, weil wenn du dann, also du baust dir so, ja, Stapel der Plättchen legst du, baust du dir auf und dann guckst du halt, ah, und wenn da mal nur die gleiche Farbe liegen oder sowas, dann kann es mal schneller vorbei sein, als du eigentlich gerne haben, ja, als es eigentlich cool wäre, aber ist schnell gespielt, schönes Spiel für zwischendurch, macht mir Spaß. Habe ich ja auch schon viermal gespielt und es geht halt auch super flott und das ist auch so ein Spiel, wenn man so ein bisschen Solo-Knobeln möchte vor sich hin, braucht auch nicht viel Platz, das ist auch ein gutes Reisespiel, sowohl auf dem Tisch als auch in der Schachtel, das ist auch wieder so eine ganz kleine Schachtel. So, ein Roll & Ride habe ich noch, nämlich Kunterpunkt, das habe ich zweimal Solo gespielt, das ist von Julia Thiemann und Christoph Waage, ist beim Frech Verlag erschienen, beziehungsweise auf der Schachtel steht auch top, ich glaube, das ist so deren Spiele-Label sozusagen, den Frech Verlag gibt es schon länger, aber die machen noch nicht so lange Spiele, gibt es da auf Deutsch, ist ein Roll & Ride mit super simplen Regeln, aber einem cleveren Auswahlmechanismus, weil man nimmt einen Würfel und malt Punkte auf die Rücken von Käfern, abhängig von der Würfelfarbe und wenn man eine 5 hat, dann kann man mit der 5, kannst entweder eine 5 eintragen auf einen Käfer oder du trägst auf zwei Käfern eine 2 und eine 3 oder eine 3 und eine 2 ein oder eine 4 und eine 1 oder du trägst aus einer 5, kannst auch eine 2, eine 2 und eine 1 machen und das ist ganz cool die Idee, dann gibt es noch so zwei andere, zwei, drei andere Sachen und zusammen wird das ein richtig kniffliges Spiel mit wenig Regeln, was ziemlich cool ist. Ich habe erst überlegt, ob es irgendwie wenig innovativ ist, weil das ist es nicht, aber diese Würfel-Nutzung ist schon irgendwie innovativ und das hat mich ziemlich überrascht. Das ist mit simpel Regeln ein ziemlich kniffliges, cooles Roll & Ride, das bleibt auf jeden Fall erstmal. So, dann kommt jetzt das Spiel, was mich vom Thema am meisten abgeholt habe, nämlich Star Wars The Clone Wars. Das ist von Alexander Ortloff, designt, von Atta Kanani, illustriert, ist bei Z-Man Games im Original erschienen, bei Asmodee auf Deutsch und das ist einfach eine weitere Pandemie-Variante. Es gab schon diverse Pandemie-Varianten, von Alexander Ortloff gab es zuletzt auch die Wrath of the Lich King Variante, wo ich auch schon mal in einem Podcast mit Carsten drüber geredet habe, die hat mir auch gefallen, aber da hat mich das Thema einfach nicht so abgeholt, weil ich keine Ahnung habe von World of Warcraft. Von Star Wars habe ich ganz, ganz viel Ahnung und deswegen fand ich es ziemlich cool, dass jetzt, ja, Pandemie-Thema, ich habe das Original-Pandemie nicht gespielt, ich habe Pandemie-Die-Heilung gespielt, das ist dieses Würfelspiel und der Untergang Roms, die mag ich beide. Ich finde das Thema aber Virenbekämpfung ja gerade im Hinblick auf die letzten Jahre, weiß ich nicht, ob man das spielen möchte, muss jede, jede für sich selbst entscheiden. Ich finde dann so andere Settings cooler, besonders wenn es dann das coolste Setting überhaupt ist, Star Wars. Und was ich sehr spannend fand, während aktuell ja eher so ein bisschen in die Dark Times gegangen ist, das ist die Zeit zwischen Episode 3 und Episode 4 und sehr viel immer auf den Look der Originalfilme angespielt wird, also Episode 4, 5 und 6, wurde sich hier mit The Clone Wars das Setting der Prequels ausgesucht. Genauer sogar noch, also es wird eigentlich, wird auf die Animationsserien, den Animationsfilmen hingewiesen. Und das finde ich ziemlich cool, weil die Prequels qualitativ, was die Filme angeht, auf jeden Fall finde ich super durchwachsen, aber die haben für die Welt sehr, sehr viel gemacht. Und noch mehr dann die The Clone Wars Serie, die stellenweise natürlich super kindlich ist, weil sie sich auch an ein jüngeres Publikum gerichtet hat, aber dann gerade in den späteren Staffeln noch mehr erwachsener wurde und Star Wars Fans, die diesem Stil nicht abgeneigt sind, sollten da auf jeden Fall einen Blick reinwerfen, weil da ganz viel gemacht wird und auch die Prequels, also Episode 1, 2 und 3 nochmal enorm profitieren. Und das ist wirklich eine ganz tolle Serie für Fans. Und dass jetzt dieses Setting genommen wurde, finde ich super cool. Die Optik ist gelungen bei diesem Spiel. Ich finde den Spielplan nicht so schön mit diesen einfachen Planeten. Auch wenn man sich, wenn man die Planeten anguckt, erkennt man die. Das ist sehr gelungen. Da sind tolle Minis dabei. Auch wenn ich immer ein bisschen Schiss habe, die Lichtschwerter sowohl der Schurken als auch der Jedis sind ganz schön dünn. Habe ich immer Angst, dass da irgendwas verbiegt oder bricht. Ist mir bis jetzt zum Glück noch nicht passiert. Es gibt noch ganz viele Droiden und ein paar Raumschiffe. Das ist alles sehr gelungen. Was ich super toll finde, wie detailverliebt das Spiel ist. Es gibt unterschiedliche Karten, die wir nutzen können als Heldinnen und Helden. Und da sind unterschiedliche Raumschiffe drauf. Und vor allem aber, und deswegen, das heißt The Clone Wars, es gibt leider keine spielbaren Klone. Da hätte ich es vielleicht fast cooler gefunden, wenn man so ein bisschen in Richtung Untergang Roms gegangen wäre und man selber auch neben den eigenen Spielfiguren sich noch Meeple oder Minis dazuholen hätte können, Klone. Dafür gibt es diverseste Klon-Charaktere, die man nutzen kann. Die haben alle nicht unterschiedliche Effekte zum größten Teil, aber die haben alle einzigartige Illustrationen und Namen der Klone, die man halt auch aus der Serie kennt. Das ist ganz fantastisch. Und jede Mission, man muss je nach Schwierigkeitsgrad unterschiedlich viele Missionen in dem Spiel erfüllen, jede Mission trägt den Titel einer Folge oder einem Arc, ne, immer einer Folge aus Clone Wars. Also, ich lese dann den Titel und erkenne das sofort und dann steht da noch so ein kleiner Flavorsatz drunter und dann ist man sofort nochmal drin. Ich habe dann nebenbei Soundtrack von The Clone Wars angemacht und von Episode 3, Die Rache der Sith und war dann voll im Thema drin. Es gibt im Spiel vier unterschiedliche Schurken. Acai Ventress, die kennt man entweder aus den früheren Comics und halt aus der Clone Wars-Serie. General Greaves, den kennt ihr aus Episode 3. Und Darth Maul, den kennt ihr aus Episode 1. Und der taucht dann in The Clone Wars wieder auf. Deswegen ist der hier drin. Und Count Dooku. Davon habe ich bis jetzt einmal Acai Ventress gespielt. Die ist der Start, die Start-Schurken, die man als erstes ausprobieren soll. Und als zweites dann General Greaves. Ich habe direkt auf dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad gestartet. Und Acai Ventress ist auf jeden Fall viel zu einfach gewesen. Mit General Greaves habe ich dann tatsächlich verloren, weil ich halt die Befürchtung hatte, dass es zu einfach ist. Ja, und jetzt nach zwei Partien bin ich super zufrieden. Ich habe total Bock, die anderen Schurken noch auszuprobieren. Es gibt bei den Charakteren, gibt es auf jeden Fall so super bekannte Charaktere, die ihr alle kennt. Obi-Wan, Yoda, Anakin. Aber es gibt halt auch ein paar Charaktere, die so ein bisschen, ja. Also Ahsoka wird jetzt auch durch die Mandalorian-Serie noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Nächstes Jahr durch die eigene Serie. Aber wurde halt im The Clone Wars-Film eingeführt als Schülerin von Anakin. Und das finde ich cool, dass sie drin sind. Außerdem sind hier mit Aayla Secura und Luminara und Uli noch zwei Jedi-Meisterinnen, Jedi-Ritterinnen drin, die wahrscheinlich nicht ganz so viele kennen. Finde ich super cool, dass dann da auch noch zwei weibliche Charaktere drin sind. Mace Wind und Obi-Wan sind natürlich auch dabei. Und ich habe total viel, also erst mal habe ich Bock, noch mehr davon zu spielen. Und ich fände es super cool, bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass das Ding ultra erfolgreich ist und dass da mehr kommt. Ich wünsche mir einfach mehr Jedis, mehr Karten, mehr Schurkinnen und Schurken. Einfach mehr. Ja, coole, tolle Pandemie-Variante. Die bleibt auf jeden Fall. Allein wegen dem Thema, aber auch ohne das Setting würde mir das auch gefallen. Aber so hat es natürlich noch mal den Star-Wars-Bonus für mich. So, als nächstes geht es weiter mit einem Legespiel. Ich liebe Legespiele. Und als dann auf dem Pegasus-Online-Presse-Event Dorfromantik angekündigt wurde, war ich Feuer und Flamme und wollte das unbedingt haben. Das ist von Michael Palm und Lukas Zach. Die kennt ihr vielleicht durch das Die-Zwerge-Brett-Spiel. Von Paul Rebe ist es illustriert und bei Pegasus auf Deutsch erschienen. Habe ich bis jetzt zweimal Solo und zwei oder dreimal zu zweit gespielt mit Rebecca. Ist ein Legespiel, basiert halt auf dem gleichnamigen PC-Spiel, was ich noch nicht gespielt habe. Aber da der gute Dennis, als ich im Stau stand, es mir besorgt hat, habe ich jetzt auch irgendwo den Steam-Key. Also ich kann es jetzt auch auf jeden Fall dann noch mal online ausprobieren. Hat super simple Regeln und hält genau das es verspricht, nämlich ein entspanntes Spielgefühl. Man puzzelt so Ex-Plättchen auf den Tisch, kann Aufträge erfüllen. Es gibt so ein Kampagnen-System, da habe ich irgendwie mal Bock, mehr zu entdecken. Da ich jetzt mit Rebecca die Kampagne schon zu zweit angefangen habe, möchte ich die jetzt erst mal weiterspielen. Sonst hätte ich das schon längst häufiger Solo gespielt. Ja, was mir nicht gefällt, eigentlich bis jetzt gar nichts. Ich bin gespannt, wie viel Bock man noch hat, wenn man die Kampagne durch hat. Aber ich spiele ja auch gerade Cascadia, die einzelnen Szenarien alle noch mal. Also ich kann mir auch einfach vorstellen, dass ich dann einfach das noch mal immer wieder von vorne spiele. Super, tolles Legespiel, was ich jetzt eigentlich gerne häufiger spielen würde. Aber jetzt muss ich erst, oder ja, ich warte jetzt erst mal, bis ich das mit Rebecca weiterspiele. Aber die kommt ja wieder und dann spiele ich wieder mit ihr. Dann spiele ich das weiter. Habe ich auf jeden Fall mächtig Bock drauf. Welcher Autor darf auf meiner Liste natürlich nicht fehlen? Uwe Rosenberg hat es mit zwei Spielen dabei. Als erstes ist hier erst mal Etiwa. Das ist von Andy Eckerton illustriert. Das ist auf Deutsch bei Lookout-Spiele erschienen und wieder ein etwas größeres Worker-Placement-Spiel. Ich würde sagen, so auf Kenner-Innen-Niveau. Also ja, von so ein bisschen Glasstraße, Nussfjord. Nicht so viel wie einige andere seiner Spiele. Das ist ja das erste Mal. Ist ein Spiel mit so einem, ja, was vom Setting her nicht hier in Deutschland oder in der Gegend spielt. Hatten wir mit aller Erde und einigen anderen Spielen. Obwohl die anderen haben auch zum Teil in Europa gespielt. Aber hier hat sich Uwe Rosenberg ja super intensiv mit dem Thema oder mit dem Land Ghana auseinandergesetzt. Das merkt man auf jeden Fall. Schade ist, finde ich trotzdem immer noch, dass da bestimmte, ja, weiß nicht, Unzulänglichkeiten oder vielleicht nicht sensibel genug mit dem Thema umgegangen wurde. Also man hätte auf jeden Fall locker einen Illustrator und eine Illustratorin aus Ghana nehmen können. Man hätte vielleicht auch bei der Entwicklung des Spiels noch mehr mit Personen aus Ghana, ja, so ein bisschen Rückmeldung halten können. Da, ähm, das weiß Uwe Rosenberg auf jeden Fall auch. Und ich denke und hoffe, dass dann bei dem nächsten Spiel, der möchte ja mehr Spiele dazu noch machen, dass da noch ein bisschen sensibler mit umgegangen wird. Ansonsten finde ich es auf jeden Fall erst mal positiv, dass er sich diesem Thema widmet und da auch mechanisch spannende Dinge drin sind. Also mit diesen Flughunden, das hat ein cooles Belohnungsgefühl. Man muss knifflige Entscheidungen machen. Es gibt Solo mehrere Herausforderungen. Ich habe es bis jetzt zweimal Solo gespielt, aber bis jetzt immer noch das Standardspiel. Das ist nicht so fluffig wie Hallertau. Das ist, finde ich, noch entspannter und noch, ja, harmloser im besten Sinne. Hier muss man schon einige Sachen überlegen und dann hat man nicht genug Platz. Und wann mache ich was? Das ist super wichtig. Ja, toller neuer Rosenberg. Noch, würde ich sagen, keiner meiner Top 3 von den komplexeren Rosenbergs. Aber das werde ich im Fall noch häufiger spielen. Wird auf jeden Fall hier in der Sammlung bleiben und habe ich Bock auf weitere Partien. So, dann ein Spiel. Das habe ich mir nur dank Peter aus dem Podcast-Team geholt, weil wir das zu viel auf der Messe gespielt haben. Ich begeistert war. Rebecca war auch super begeistert. Die Rede ist von Tiva Naku, von Olivier Grégoire und von Raphael Snamak illustriert. Ist bei Sit Down erschienen. Ist ein belgischer Verlag. Ist auch eine deutsche Version. Oder zumindest gibt es deutsche Regeln. Das Material ist komplett sprachunabhängig. Und das ist ein Deduktionsspiel. Ich glaube, online oder irgendwo wurde verwiesen. Einmal aufs Minesweeper. Wenn ihr es kennt von diesen, ne, auf Windows-Spielen. Und so Doku noch irgendwas Drittes, wovon ich noch nie gehört habe. Und das ist ein super kniffliges Spiel. Man muss so einen Plan mit Plättchen voll puzzeln. Und dann überlegt man immer, was da drauf sein könnte. Und dann ist halt dieses Deduktionselement drin. Super knifflig. Tolles Material. Gibt es auch Deluxe-Version mit Holz. Braucht man theoretisch nicht mit. Ist natürlich noch wertiger. Kann super viel grübeln, super viel knobeln, überlegen, kombinieren. Das macht auf jeden Fall genau das auch, was Planet X macht. Ob es das besser macht, weiß ich noch gar nicht. Hier ist halt keine App dabei. Dafür gibt es so einen Rat, wo man immer nachguckt, was man schon sehr häufig nutzen muss. Was einerseits cool ist, ist halt die Frage nach der wievielten Partie das vielleicht stört und man sich doch wünscht vielleicht eine App. Im Spiel sind eine bestimmte Anzahl an Szenarien. Es gibt auch kurze Szenarien mit so einem kleineren Spielplan. Wenn ich das aber gesehen habe, online kann man sich theoretisch auch beliebig viele Sachen generieren lassen. Was super cool ist, es hat für den Solo-Modus einen Automa, der über Pfeile auf den Rückseiten der Plättchen, die man auf dem Plan-Puzzle gesteuert wird, was eine super clevere Idee ist. Der macht am Anfang ordentlich vier Punkte. Dann holt man den aber ganz gut ein. Also ich habe es jetzt einmal zu viert gespielt auf der Messe mit Kai, Peter, Rebecca und ich halt. Und einmal Solo. Super cooles Deduktionsspiel. Braucht auch ein bisschen, was den Aufbau angeht. Das möchte ich jetzt erst nochmal mit Rebecca ausprobieren, bevor ich es dann weiter Solo spiele. Das war jetzt sozusagen mein Ersatz auf der Messe für Turing-Machine, weil ich das voll vergessen habe. Und dann war es natürlich weg. Ja, super cooles Spiel. Auch mit Lamas, Lama-Bonus. Dann sind wir auch schon in der Top 3. Und wir beginnen mit einem reinen Solo-Spiel, was mich positiv überrascht hat. Ich habe mir schon gedacht, ja, das gucke ich mir an. Aber ich war mir nicht sicher, wie gut mir das gefallen hat oder wie gut mir das gefallen wird. Nämlich Aleph 0. Da habe ich bis jetzt zweimal Solo gespielt. Das Spiel ist von Tony Boydell, von Alex Lee illustriert und bei Frosted Games auf Deutsch erschienen. Und das ist ein Deck-Dekonstruktionsspiel. Also wir wollen den Dämon Bathomet beschwören und wie ihn da bei mehreren Runden Stunden genannt und müssen da Karten kombinieren. Und super cooles Setting. Das hat so eine super ruffe Optik, was ich ziemlich cool finde. Also es sieht nicht aus wie von der Optik her, wie von so einem etablierten Verlag. Im positiven Sinne meine ich das jetzt. Sondern das sieht tatsächlich aus wie so ein kleines Solospiel, was von so einem Independent-Indie-Verlag erschienen hätte. Auch können so was in Richtung Doom-Machine oder Ironhelm oder so was. Also eine coole Optik ist ultra knifflig. Die erste Partie ist super spannend, weil du liest die Regeln und denkst so, okay, ja, ich verstehe jetzt, was ich da tue. Ich habe keine Ahnung, warum ich das tue. Und dann ziehst du nach nach Karten, spielst einfach mal eine Karte aus und guckst, was du damit machst. Und allein dieses Entdecken zu überlegen, warum mache ich das hier eigentlich, ist unglaublich cool. Und die zweite Partie hat sich dann schon ganz anders angefühlt mit dem Wissen, was ich machen muss und welche Sachen ich irgendwie miteinander kombinieren kann, möchte, muss. Super clever. Ist auch hart. Und da habe ich richtig Bock drauf. Das ist für mich eine richtige Überraschung. Also da habe ich echt super positiv überrascht, wie gut mir das gefällt. Habe ich unglaublich Bock drauf, das auch direkt wieder auf den Tisch zu spielen. Ich habe jetzt halt vieles nur zweimal gespielt, weil ich alles mindestens zweimal hier spielen wollte, um auch darüber reden zu können. Aber Aleph Nour ist ein Spiel, das werde ich jetzt in den nächsten Tagen, Wochen auf jeden Fall noch häufiger spielen. Finde ich richtig, richtig gut. Noch besser und eine noch krassere Überraschung für mich war Dulce. Das ist das letzte Spiel, was ich mir auf der Messe geholt habe von Julio E. Nazario und von Justine Nortier illustriert. Das ist bei Stronghold Games erschienen. Das ist ein amerikanischer Verlag. Da ist es auf Englisch erschienen. Und das ist ein Legespiel mit Engine-Building, Multi-Use-Card. Und das ist ultra knifflig. Das sieht super schön aus, weil man halt so kleine Shops sozusagen sind auf den Karten abgebildet mit Süßigkeiten. Und dann hat man unterschiedliche Ressourcen, die man dann für diese Shops braucht. Und das baut einerseits, legt man Karten hin, um die Ressourcen sich bereit zu machen. Mit anderen Karten baust du dir halt diese Shops auf. Du kannst auch Karten abschmeißen und dann die Ressourcen zu nehmen. Und aus diesen drei Möglichkeiten, wie du die Karten nutzt, wann du sie nutzt, wie du das kombinierst, das Gehirn explodiert. Das ist so cool, wie mit auch hier mit super wenig Regeln so ein anspruchsvolles Spiel, so ein kniffliges, knobliges, grübelastiges Spiel gemacht wurde. Ich glaube, das weiß ich gar nicht, ob ich das mit anderen spielen möchte. Wenn alle genug grübeln, geht das. Wenn nicht, dann kann es, glaube ich, ein bisschen lästig sein für einige, die dann so schnell überlegen. Ja, das ist super cool. Also, ja, ich bin super begeistert. Vielleicht kann man so ein bisschen als Obsthain-Meets, weil das ist dieser Legemechanismus aus Obsthain-Bisschen-Meets, da ist Theme Park, das hat so einen Kaskaden-Mechanismus. Also, ich habe halt Ressourcen auf einigen Shops mit einer höheren Wertigkeit und die kann ich dann zu Feldern auf anderen Shops legen mit einer niedrigen Wertigkeit und dann kann ich halt die so hin und her schicken und das muss man möglichst optimal machen und dabei explodiert gefühlt das Gehirn und das ist richtig, richtig cool. Das ist mit, ich glaube, auf der Messer als 40 gekostet. Ich glaube, in anderen Shops habe ich jetzt schon eher teurer gesehen, relativ teuer. Was ein bisschen schade ist, es gibt fünf unterschiedliche Ressourcen, die sich, das sind halt alles so Plastik-Cubes, die sehen sich ein bisschen zu ähnlich, finde ich, weil es gibt grau, braun, weiß, braun und so ein, was ist das, Vanille und da muss man dann nochmal nachgucken, was wäre, was ist was. Da wären so Custom-Meeple oder so Custom-Ressourcen irgendwie cooler gewesen, um das nochmal so ein bisschen, ja, mehr unterscheiden zu können, aber ansonsten, äh, meine, die Überraschung, also ich habe gedacht, ich hole es mir jetzt irgendwie ein nettes kleines Spiel, Rebecca und ich haben uns dann auch so angeguckt, wie einige das gespielt haben und das sah schon ganz cool aus, als es einer vom Verlag dann auch erklärt hat und ich dachte, ja, das könnte was für mich sein, aber wie gut mir das dann gefallen hat, nice, habe ich bis jetzt zweimal Solo gespielt, auch das wird in den nächsten Tagen viel, viel häufiger auf jeden Fall gespielt. So, ein weiteres Uwe Rosenberg-Spiel muss natürlich noch kommen und, ähm, Applejack ist, äh, ein neues Legespiel von ihm, ist von Lukas Sigmund illustriert, den kennt ihr vielleicht durch Raikölt oder Hallertau, ist bei The Game Builders erschienen, auf Deutsch, ist ein neuer Verlag, bei dem unter anderem Andreas Odendahl, den mitgegründet hat und das, ähm, Applejack kombiniert quasi, würde ich sagen, so ein bisschen das, diese Aufträge von Nova Luna Framework und Sagani mit einem, der Wirtschaftskomponente aus Patchwork und das mit Hexplättchen und das ist super knifflig, habe ich inzwischen neunmal Solo gespielt. Ihr seht, wie gut mir das gefällt, neunmal, ähm, super schön wieder illustriert, also die Äpfel sehen alle unterschiedlich auf, aus den Rückseiten sind Schafe, super knuffig, Schafe sind toll, ähm, es gibt super knifflige Entscheidungen, man muss echt so ein bisschen hin und her planen, das ist härter als andere Legespiele, das kann man jetzt positiv oder negativ auslegen, ich finde das super interessant, weil du brauchst halt, es gibt halt Honig als Ressource, die du bekommst und je nachdem wie du legst, da musst du echt super mit haushalten und das ist halt nochmal anspruchsvoller als andere Legespiele von ihm, also es geht schon einerseits in die Richtung von Nova Luna, weil es auch darum geht so, ja, Plättchen aneinander zu legen mit den gleichen Apfelsorten oder Farben, mhm, aber gerade dieses Ressourcenmanagement, diese Wirtschaftskomponente, die Patchwork auch schon hat, die ich hier nochmal härter finde, das ist super interessant, macht super Bock, ich hab, es gibt eine A- und eine B-Seite, ich hab einmal auf der A-Seite gespielt, äh, ich hab immer auf der A-Seite gespielt, außer einmal hab ich auf der B-Seite gespielt und da gibt es weniger Anfangsfelder, wo man sozusagen sich so Ressourcen, äh, ja, Honig wiederbekommt, dafür mehr Äpfel, war für mich viel schwieriger, also da muss man echt super überlegen, kann man auch aus dem Bauch heraus spielen, aber da muss, wird Grübeln auf jeden Fall belohnt, macht ziemlich, ziemlich viel Bock, nice, ich bin ein riesiger Fan von Applejack, aktuell würde ich auch spontan sagen, ist bestimmt in den Top 3 meiner Puzzle-Lege-Spiele von Uwe Rosenberg. Ja, das waren jetzt erstmal 15 Ersteindrücke zu, äh, Spielen, die ich bereits Solo gespielt hab, von den Messe-Neuheiten, dann dachte ich, am Ende rede ich vielleicht noch ganz kurz über Messe-Neuheiten, die ich noch nicht gespielt habe oder, äh, noch nicht Solo gespielt habe und, äh, ja, was ich hier noch haben möchte. Äh, Endless Winter und Wördend gab's schon auf der Messe, der Kickstarter wird aber noch ausgeliefert, deswegen hab ich's mir auf der Messe natürlich nicht gekauft. Johanna, das ist das, äh, Draw, Roll, was auch immer, Ride zu Orleon, das hat sich Rebecca gekauft, werd ich damit ihr ausprobieren. Hm, auf den B-Rex-Tagen hab ich schon Akropolis und Hennen ausprobiert. Akropolis gab's auch auf der Messe, hab ich aber irgendwie vercheckt, mir zu holen. Hennen gab's leider nicht auf der Messe, das wird noch ein bisschen dauern. Auf der Messe, was mich positiv überrascht hat, vor allem nach den negativen oder eher negativen Stimmen dazu, Powerline, das ist ein neuer Green-Games-Titel, hab ich mit Rebecca auf der Messe gespielt, fand ich cool, ist glaub ich ein super Solo-Spiel, aber das war mir einfach zu teuer. Also das werd ich mir irgendwann holen, wenn's billiger ist, weil das ist ein schönes Spiel, aber das war's mir dann doch nicht wert. So, und jetzt hab ich noch zehn Spiele, äh, über die ich ganz kurz reden möchte, die ich mir auf jeden Fall noch anschauen möchte, die ich mir aus unterschiedlichen Gründen nicht verfügbar vergessen oder einfach, äh, schon genug andere Spiele gekauft und deswegen erst mal keinen Platz dafür, zu dem ich auf jeden Fall noch gerne spielen möchte. Ja, Revive, ähm, komplexes Spiel, der Autoren von The Magnificent, sieht super cool aus, hab ich auch schon positives von, von Peter von Einzelspiel gehört, hab ich auf jeden Fall Bock drauf, war auf der Messe halt echt teuer, äh, ja, wird irgendwann verfügbar sein, werd ich mir dann holen. Ähnliches gilt für Turing, Turing Machine, hab ich auch schon positives, auch von Peter Einzelspiel, auch von Hesi gehört, das hab ich einfach völlig vergessen, ich weiß nicht warum, das war ja bei Scorpio Masqué verfügbar, ja, klingt nach einem Deduktions-Highlight, hab ich Lust drauf. Choral, Choral, das ist so ein 3D-Legespiel, hab ich auf der Messe gesehen, sah für mich aus, weil die Teile so riesig waren, aus wie so ein Kinderspiel, aber, der liebe Benni, der hat mir schon geschrieben, gesagt, guck dir das vielleicht mal an, das könnte dir gefallen, werd ich viel machen, hab ich jetzt irgendwie Bock drauf. Hm, Findorf ist das neue Spiel von Friedemann Friese, optisch würde ich wieder sagen, ja, verbesserungswürdig, hab ich aber jetzt auch schon viele positive Stimmen gehört, deswegen möchte ich mir das auch irgendwann nochmal angucken. Alltree, Alltree, ein kooperatives Spiel, was auf Deutsch bei Boardgamebox erschienen ist, sieht super cool aus, von Vincent Dutré illustriert, möchte ich mir auch noch anschauen. Ähnliches gilt auch, ne, bei der Optik, also auch Optikpunkt, und Flamecraft sieht super niedlich aus, möchte ich mir auch anschauen, auch wenn es spielerisch scheinbar seichter ist, aber es muss ja nichts Schlechtes sein. Dann Evergreen, das konnten wir leider auf der Messe nicht, äh, hatten wir nicht die Möglichkeit, das auszuprobieren, weil wir immer voll waren, dann haben wir doch andere Sachen gespielt, das neue Spiel vom Autor von Photosynthese, so ein Drafting-Spiel, sieht ganz cool aus, sieht ganz cool aus, Bonsai, das soll wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres erscheinen, da war, glaube ich, eine Demo auf der Messe, so ein Legespiel mit Natur-Setting und gibt's, ich glaube, in der Anleitung waren fünf Solo-Szenarien, sieht cool aus, ebenfalls cool sieht Oak aus, das ist auch wieder ein komplexeres Spiel von Game Brewer, die ja zuletzt, eher mit Materialschwächen und, äh, ja, Umgang mit Kickstarter-BäckerInnen, äh, negativ auf sich aufmerksam gemacht haben, Oak sieht wieder richtig cool aus, also dann kann man die Meepe so mit Accessoires ergänzen, ergänzen, dann haben die unterschiedliche Funktionen, freue ich mich drauf, und als letztes noch 1998 ISS, ein Worker-Placement- und Tableau-Building-Spiel, was ich auch irgendwie nicht auf dem Schirm hatte, aber jetzt auch schon viel Positives zugehört habe, deswegen möchte ich mir das auch anschauen. Okay, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ähm, ich hoffe, meine Ersteindrücke helfen euch vielleicht, was so einige Spiele angeht, die euch, die ihr euch noch nicht angeguckt habt, wo ihr denkt, ja gut, dann kann ich es halt auch lassen, oder vielleicht schaue ich es mir deswegen auf jeden Fall an, äh, genau, ich bin auf eure Meinungen gespannt, gerne auf Discord, äh, guckt auch auf dem Einzelspiel Discord vorbei, da wird ganz, ganz viel über Solospiele geredet, oder natürlich auch gerne auf Twitter unter Solo gespielt, und dann hoffe ich, ihr spielt ganz viel und, äh, wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Messe, 5. bis 8. Oktober 2023. Ciao! Vielen Dank, dass du den Brettspiel-News-Podcast gehört hast. Folg uns gern auf Facebook, Instagram und oder Twitter. Wenn du dich mit anderen Spielebegeisterten austauschen möchtest, schau auch auf unserem Discord-Server vorbei. Wir würden uns natürlich auch sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcast und Spotify freuen und auch gerne auf Feedback bezüglich unserer Folgen und oder Wünsche, was Gästinnen und Gäste angeht.